Grüß euch, wir sind jetzt in Hennendorf, wir fliegen eigentlich schon eine Zeit lang, haben die Restrick aufgebaut, da am Sportplatz, die auch für nächstes Jahr 2016 gelten wird, ein bisschen modifiziert, wir sind auf ganz gute Ideen gekommen, wie wir den Flugverlauf noch wesentlich besser machen können, wir testen und fliegen, da sind einige Piloten da, einige bekannte Gesichter sind da, die in Österreich schon recht fleißig fliegen, jetzt zeige ich einmal, was da so los ist. Die Top-Piloten sind schon da, da wird fest mitgeschaut, habt ihr hier keine Flieger mit? Nein, da müsst ihr sechsmal hier mitnehmen, da wird fest geschaut. Ja, jetzt muss ich unter die Kamera ranne schmieren, der kommt da, gell? Ja. Ja. 24 Quadriels. 25 Quadriels. 24 Quadriels. Der hat 20. Zwarer 20 Zwarer 20 Zwarer 20